Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Spielvorstellung vom Patchwork als Halloween-Edition. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video rund um Patchwork. Ja, Patchwork, ein sehr, sehr beliebtes Zwei-Personen-Spiel. Der eine oder andere kennt es vielleicht noch nicht, ich habe es schon in einigen Videos vorgestellt. Und die Express-Version beispielsweise, die ist ideal für Jüngere, nämlich ab 6 Jahre. Das klassische Patchwork, ein klasse Zwei-Personen-Spiel, ab 8 Jahre. Und jetzt, ja, nochmal ein Patchwork. Wobei, eins habe ich vergessen, es gibt sogar noch ein kleines Doodle, glaube ich, Patchwork. Also ich glaube, Video Teil 4 rund um Patchwork. Und natürlich fragt man sich, boah, nochmal ein Patchwork, braucht man das denn überhaupt? Und manche werden sagen, Patchwork kenne ich noch gar nicht. All das natürlich in diesem Video, ich werde euch die Abläufe erklären, wird natürlich auch was ein bisschen zu den Unterschieden sagen. Es sind ein paar kleine Feinheiten nämlich hinterlegt. Und abschließend gibt es wie gewohnt das Fazit. So, und ja, Patchwork, es geht um Teppiche, um das Zusammenflicken von Teppichen. Und ich habe es jetzt einfach zur Vereinfachung so platziert, weil normalerweise legt er dieses Tableau dann die Mitte und drumherum kommen diese Plättchen. Und ich habe es zur Vereinfachung einfach mal so platziert. Das heißt, jeder nimmt sich quasi so einen Spielplan. Das mache ich jetzt zur Vereinfachung einfach mal für eine Person und platziert das dann vor sich ab. Es gibt noch fünf Punkte als Beginn. Diese anderen Plättchen werden ganz zufällig hier so als Kreis, also ja Spirale dann platziert, wie man das dann hier jetzt auch sieht. Die anderen Plättchen kommen hier zur Seite, auch hier dieses Extra-Punkte-Plättchen, das legt man zur Seite. Und neben diesem Zweier-Plättchen wird dann dieser Marker platziert. Ja, hier die Punktetafel bzw. die Leiste, wo angibt, wer dann am Zug ist. Ich habe es jetzt einfach mal zufällig platziert. Das heißt, Orange liegt oben, beginnt quasi auch die Partie. Was ist denn Aufgabe in diesem Spiel? Aufgabe ist es, quasi möglichst viele Plättchen hier zu sammeln. Und zwar möglichst viele Plättchen, wo Augen hinterlegt sind, weil dafür gibt es Punkte. Wir werden hier im Verlauf der Partie hier weiterfahren und erreicht man das Ziel. Dann werden praktisch die Punkte, die man nebendran liegen hat, die man gesammelt hat, auf dem Tableau zusammengezählt. Und wer die meisten Augen hat, passen natürlich zur Halloween-Edition. Der oder diejenige hat das Spiel gewonnen. Was mache ich denn überhaupt? Ich bin ja hier am Zug quasi, das heißt, ich bin ja hier in oberer Position. Immer wenn man an gleicher Position ist, dann beginnt die Person, die an oberster Stelle ist. Und ich suche mir jetzt eines dieser Plättchen aus, eines dieser drei Plättchen. Das heißt, das, das oder das. Das suche ich mir aus. Und deswegen beginnt man auch mit fünf Geld gleich am Anfang. Ich nenne es jetzt einfach mal Geld oder Augen. Und sucht sich eines dieser Plättchen aus. Und ich mache das jetzt einfach mal als Zug, um das euch zu demonstrieren. Und ich nehme jetzt einfach dieses Plättchen. Das heißt, ich lege den Marker hin, schiebe ihn dann rüber, nehme dieses Plättchen. Und dann bezahle ich natürlich erst einmal was. Und das ist auch hier hinter den Legen, was man bezahlt. Das heißt, zwei Augen bezahle ich. Das heißt, ich gebe die zwei Augen ab, kriege drei zurück. Und dann darf ich das Plättchen an eine freie Stelle legen. Natürlich nicht drüber, nicht auf andere Plättchen, aber einfach auf eine freie Position. Ihr müsst da nicht anlegen. Das macht man gerne, spiele ich auch gerne. Aber ihr könnt da das Plättchen legen, wie ihr wollt. Gleichzeitig müsst ihr allerdings Zeiteinheiten bezahlen. Und das sind hier durch die Sandtour drei angegeben. Das heißt, eins, zwei, drei Felder geht ihr voran. Und jetzt habe ich so eine dumme Lücke gebildet. Ob das jetzt Sinn macht, stellt sich die Frage. Naja, aber das war quasi mein ganzer Zug. Und wer ist am Zug? Wer ist jetzt am Zug? Das kann ich je nachdem noch einmal sein. Das hängt nämlich davon ab, wie weit ihr gezogen seid. Weil immer der hinterste Marker ist am Zug. Das heißt, jetzt ist quasi Lilla am Zug. Und nimmt sich je nachdem ein Plättchen, wo hier zum Beispiel nur zwei Zeitmarker kostet. Naja, zehn Augen hat man am Anfang nicht. Aber nur als Beispiel, das euch zu zeigen. Das heißt, man rückt dann nur zwei Felder voran. Und Lilla wäre dann sofort wieder am Zug. Also immer die Figur, die am hintersten Position ist, die beginnt quasi. Oder Lilla kann sagen, nee, ich möchte gar kein Plättchen nehmen. Ich habe das Tableau jetzt hier nicht platziert. Ich möchte lieber Augen sammeln, weil vielleicht will man auch bessere Plättchen haben. Dann springt man einfach eins, zwei, drei, vier an die Position vom Mitspieler. Und für die vier Felder bekommt jetzt quasi die Lilla-Figur vier Augen. Ist also die zweite Option. Also, entweder kauft ihr euch ein Plättchen. Immer eines der ersten drei. Immer von der Figur aus gesehen. Die wandert ja immer weiter. Oder ihr springt dann die vorderste Position. Ja, und sobald ihr quasi ein Auge überschreitet, das heißt hier durch das Feld, dann zählt ihr, wie viele Plättchen mit Augen ihr habt. Also ihr zählt die Augen, nicht die Plättchen. Ihr zählt die Augen, die hier vorliegen. Und nehmt euch das Kapital. Also ihr müsst immer schauen, wie weit wollt ihr vorrücken, um natürlich hier eine Wertung durchzuführen. Ihr müsst es hier durchführen. Und ja, wenn ich jetzt das überschreiten würde, ich jetzt gar keine Augen kriegen, weil ich habe momentan ja gar kein Plättchen, wo ein Auge abgebildet ist. Aber irgendwann wandere ich weiter und kriege vielleicht, derjenige, wer da als erster drüber ist, auch so ein Plättchen. Und so ein Plättchen kann ich natürlich perfekt hier in so eine Lücke platzieren. Es ist also eine weitere Möglichkeit, praktisch solche Lücken zu füllen, ist allerdings riskant. Weil ich habe es zuletzt auch wieder gespielt gegen die Silke. Und naja, was soll ich sagen, ich wollte auch solche Plättchen haben, aber irgendwie lief es dann wieder nicht, so wie ich mir das gewünscht habe. Weil so soll es sein. Und da ist aber auch ein gewisser Spielreiz vorhanden, das quasi gleich nochmal spielen zu wollen, zu müssen, Revanche zu spielen. Das auf jeder Sicht, was jetzt diese einzelnen Plättchen dann angeht. Eins habe ich vergessen. Und zwar besteht ja hier das Feld aus 9x9 Feldern. Und baut ihr ein vollständiges Raster, 7x7, bekommt ihr sofort dieses Plättchen. Und das ist 7 Punkte wert. Also es ist durchaus die Chance und die Möglichkeit, die man dann nutzt, gleich ein 7x7 Raster zu bauen. So ein kleines Wettrennen dann zwischendurch. Nämlich große Plättchen, kleine Plättchen, nämlich Plättchen, wo viele Augen sind. Alles führt letztendlich zum Sieg oder zur Niederlage. Und so spielt ihr quasi immer weiter, also eine 3 um, sondern immer abhängig von der Position der Figuren. Und erreicht dann irgendwann quasi auch das Ziel. Und dann quasi zählt ihr eure Augen. Nur die Augen, nicht das, was auf dem Plättchen ist. Eure Augen und der, wo die meisten Augen hat, der oder diejenige hat das Spiel gewonnen. Ja, diejenigen, die jetzt Patchwork kennen, die haben vielleicht vorgespult oder schauen jetzt hier beim Fazit zu und sagen, Jörg, irgendwie, das kennen wir doch schon alles irgendwo klar. Halloween-Edition, hübsch gemacht. Hier mit dem Kürbis dann wunderschön verpackt. Hier ist es, das erinnert mich auch ein bisschen an den Europa-Park. Da gibt es ja auch so ein Kürbis, da wird ja auch verpackt immer. Zur Halloween-Zeit, in einem so im Herbst als, ja, als Kürbis. Wäre auch eine tolle Empfehlung, vielleicht das Produkt eben mal anzubieten. Weil das sieht dann auch richtig genial dann aus. Das erinnert mich nämlich sehr stark, was die Optik angeht, daran. Aber es ist wirklich klasse gemacht, was natürlich das Thema angeht. Aber, ja mein Gott, ich habe schon Patchwork wegen dem Thema. Und da gibt es auch nochmal einen Hinweis. Und das möchte ich auch direkt vorlesen. Weil die Werte von 14 Flicken und die sind gekennzeichnet mit einem Stern. Ich halte jetzt einfach mal exemplarisch ein in die Kamera. Das sind nämlich Sterne hinterlegt. Das ist nämlich der wesentliche Unterschied. Sind im Vergleich zum Grundspiel verändert. Also die Werte von 14 Flicken sind verändert. Diese sind mit einem kleinen Sternchen markiert. Das veränderte Balancing entstammt einer Variante, des KI-Programmierers Thyssen-Streib. Ja, und das letztendlich resultiert aus der Patchwork-App. Ja, da habe ich auch schon gespielt. Und das heißt jetzt, sind jetzt die Werte verbessert? Oder besser, was jetzt hinterlegt sind? Und vielleicht wisst ihr jetzt auch ein bisschen mehr und könnt es natürlich gerne in die Kommentare hinterlegen. Aber das ist schon der Punkt, wo ich dann denke, hm, also eine bessere Version. Dann hat man da Erfahrung gesammelt. Aufgrund dieser künstlichen Intelligenz. des Programmierers. Und hat gedacht, ja, da müssen wir noch an den Werten schrauben. Also, ja, dann ist man dann vielleicht dann doch ein bisschen überlegen, ob man vielleicht dann diese Edition sich dann doch holt. Wer jetzt noch gar kein Patchwork hat, ja, Patchwork ist ein klasse Zwei-Personen-Spiel. Ich habe einfach Bock auf dieses Spiel. Ich habe es euch schon in unzähligen Empfehlungsvideos dann vorgestellt. Aber ich habe auch den Hinweis gebracht, Patchwork Express, durchaus was für Jüngere, ab sechs Jahre. Das klassische Patchwork, beziehungsweise das hier in der Halloween-Edition, ab acht Jahre. Habt ihr die Qual der Wahl. Wenn euch aber das Prinzip gefällt, wir haben auch Videos gemacht, da könnt ihr mal reinschauen. Ein Teil kann ich auch verlinken an dieser Stelle oder im Verlauf des Videos. Dann könnt ihr mal reinschauen. Aber ein wirklich klasse Spiel vom Autor Uwe Rosenberg und erschienen bei Lookout-Spiele für zwei Geister. So ist es hier betitelt. Und ich finde, eine gelungene Edition. Und warum auch nicht, ich weiß gar nicht, vielleicht sind die anderen Editionen auch schon länger her, ausverkauft etc. Warum auch nicht, in so einer Version dann herauszubringen. Ich finde es wirklich klasse, was die Grafik dann angeht. Spielerisch sowieso gefällt es mir. Also je nachdem, habt ihr jetzt auch eure Entscheidung getroffen. Wenn ihr es noch gar nicht habt, könnt ihr es euch auf jeden Fall überlegen. Wenn ihr es euch holen wollt, dann gerne über die unten genannten Links. Da unterstützt ihr uns sehr automatisch. Das zu allen Infos zu Patchwork, der Halloween-Edition. Ich sage danke fürs Zuschauen. Macht's gut und bis bald. Bis bald.